Was sind die häufigsten Impotenzsymptome? Die häufigsten Impotenzsymptome sind die Unfähigkeit, eine Erektion lange genug aufrecht zu erhalten, um einen sexuellen Akt zu vollenden, Ejakulationsschwierigkeiten und Lustverlust. Ein Mann, der impotent ist, kann nicht nur Schwierigkeiten haben, eine Erektion lange genug aufrecht zu erhalten, um einen zufriedenstellenden Geschlechtsverkehr zu haben, sondern es kann auch schwierig sein, überhaupt eine Erektion zu erreichen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ein Mann, der gelegentlich unter Erektionsstörungen leidet, impotent ist, da es sich um anhaltende Impotenzsymptome handelt, die bedeuten, dass ein Mann wirklich impotent ist. Darüber hinaus haben einige Männer mit dieser Erkrankung Symptome, die dazu führen, dass sie vorzeitig ejakulieren. Wenn ein Mann regelmäßig Schwierigkeiten hat, eine Erektion zu erreichen, kann er impotent sein. Die häufige oder andauernde Unfähigkeit, eine Erektion zu erreichen, ist eines der häufigsten Impotenzsymptome. Ein Mann mit diesem Symptom hat möglicherweise den Wunsch, sich sexuell zu betätigen, kann dies jedoch möglicherweise nicht, da keine Erektion vorliegt. Einige Männer haben dieses Symptom von Zeit zu Zeit, werden jedoch nicht als impotent betrachtet. Normalerweise wird ein Mann nur dann als impotent angesehen, wenn langfristig Erektionsprobleme auftreten. Manchmal bekommt ein Mann eine Erektion, wird jedoch als ohnmächtig betrachtet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Impotenz nicht immer von einer völligen Unfähigkeit zur Erektion gekennzeichnet ist. Stattdessen erzielen manche Männer mit dieser Erkrankung Erektionen, haben jedoch Schwierigkeiten, sie während des Sexualakts aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel kann ein Mann anfangen, Geschlechtsverkehr zu haben und seine Erektion entweder sofort nach sexuellem Kontakt oder irgendwann während des sexuellen Aktes verlieren. Darüber hinaus umfassen Impotenzsymptome Erektionen, die zu weich sind, um Geschlechtsverkehr zu führen, der sowohl für einen Mann als auch für seinen Partner sexuell befriedigend ist. Der Verlust des Verlangens kann auch als Symptom für Impotenz erscheinen. Wenn ein Mann regelmäßig oder häufig Schwierigkeiten hat, eine Erektion zu erreichen oder aufrecht zu erhalten, kann er emotionale Symptome entwickeln. Der Verlust des Interesses in Verbindung mit dem Stress der Impotenz kann die Symptome der Impotenz verschlimmern oder erschweren. Vorzeitige Ejakulation ist ein Problem, bei dem ein Mann während einer sexuellen Handlung zu früh ejakuliert. Es ist ein eigenständiges Problem, kann aber auch als Symptom für Impotenzprobleme auftreten. In manchen Fällen kann es vorkommen, dass ein impotenter Mann die meiste Zeit nicht zu einer Erektion führt. Wenn er eine Erektion erreicht, kann er jedoch vorzeitig ejakulieren. Oft hat ein Mann mit häufigen Erektionsschwierigkeiten die Befürchtung, dass er während des Geschlechtsverkehrs seine Erektion verliert. Dieser Stress kann dazu führen, dass er vorzeitig ejakuliert.